So, da bin ich wieder... Aber ich muss gleich niesen. Fällt da super an. Oh, da fließt! Okay, er ist weg. Okay, ich muss auch nicht niesen. Ach so, ja, das ist mir schon aufgefallen, wie das wieder ein falsches Verzeichen ist. Ist aber technisch gesehen egal. Kann ich ja wieder nachher verschieben, zum Konvertieren. Alter, das ist so warm draußen. Also zumindest, wenn man in der Sonne sitzt, da burnst du dir ja alles weg. So. Boah. So. Okay. So. 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 Dann fahren wir schon mal. Jetzt geht´s hoch hinaus. Los geht's. So, Falle 1 habe ich schon mal getoben. Oh, da werde ich euch niemals verzeihen, Bitches. Boah, Alter, wir haben überall, also wir haben 316 Halt und 300 Amor. Das ist schon nicht schlecht. Oh. Da sind Strudel drinne, das wohl so eine Art Überwaffe ist. Haha, so, hier kamen jetzt ein paar mächtigere Gegner. Alter, also so eine Serie haben wir jetzt gerade nicht erwartet, aber okay. Holy shit. Ach so, mehr war das nicht. Die kommt dann auch durch. Hä, war das nicht? Ach so, mehr war das nicht. Wir öffnen. Klar, da war ja was. Da war ja was. Ähm. Gut. Also geht es da hinten weiter. Das sind eigentlich meine Beine, meine Beine, meine Beine. Überbleibsel. Was macht ihr hier eigentlich? Ach, die habe ich beide auf. Hä? Ist ja behindert. Na gut. Ja. Da war ja. Nein. Na gut. Das war ja. Es hat wieder kommen. Genau. Ich muss den Frau Krang. Alles in Ordnung her. Ah. Oh. Ah, sohle! Holy crap! Was? Achso, da hat der gerade schon mal einen Monster. Jetzt wissen wir, warum ich die da hingestellt habe. Ah, gut. Jetzt kommen wir jetzt mal ganz kurz zurück. Nein, den brauche ich noch nicht. Den brauche ich gleich, bald und wann. Ach, ja. Dieses Geräusch, wenn die Gegner sterben, ist es so beruhigend. Oh, da wird ein Rischfeld genommen. Auf und mehr. Was sagt ihr denn hier? So, hier kommt jetzt die erste... Naja, eigentlich gar nichts. Ich wollte gerade sagen, die erste Falle, aber ein Pinky kann man jetzt nicht unbedingt als Falle betrachten. Das ist eher sowas wie eine Erheiterung. Da lacht man ein bisschen darüber, so zu sagen. Oh, da fehlt schon ein bisschen. Das hier ist ne böse Falle. Ja, komm, 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 komm. Okay, danke. Oh, Mann. Das war schon hart heftig. Das war schon hart heftig. So, hier ist jetzt, glaube ich, das... ...Secret Exit. Ich meine, das kommt ganz kurz kurz... ...240. Ne, doch nicht. Okay, dann war's das ja schon. An der Stelle. Ladies and Gentlemen. Willkommen bei der neuen Map. Speichern? Ja. Wo war denn das? Weil bei der Map gerade eben, da war auch das Secret Exit. Das weiß ich. Keine Ahnung. Are you sure to run to quick? Ja. Alter. Ich weiß gerade gar nicht, was ich gerade gemacht habe. Ach, diese Jugend. So, dann. Schau mit Frau.